Hallo! Mit dabei ist Yurina. Hi. Du machst immer so eine Reaktion von einem Fisch oder so. Also Fische reagieren voll schnell. Er hat einfach eine Schnecke oder sowas. Ich habe gar keinen Plan. Hä? Wo bin ich Richard? Wo sind hier die Kisten? Ich bin dumm. Ich checke das gerade. Ah, jetzt checke ich die Map wieder. Alles klar. Ich habe sogar Diaboots. Übrigens Leute, wenn ihr mehr mit Yurina sehen wollt, dann lass doch ein Like da. Man, ich brauchst noch zwei Dias. Okay, danke. Lass mal schnell in die Mitte. Warum ist da keiner? Ja, geil. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Weißt du, es ist so komisch, Minecraft zu spielen ohne Musik, weil ich die letzte Male immer nur gestreamt habe? Ach, da ist einer gestorben? Ja. Stuff, geil. Geil. Oh, guter Stuff. Oha. Ach so eine Diaboose. Oh, nö. Guck mal, wie krass. Ja, ich habe es schon gesehen. Wenn mich jetzt jemand zerstört, was ist denn? schlecht. Halt deine Maul. Das ist eine Enderperle, dann können wir uns power out, dann muss ich nicht wieder bauen. Hab keine. Okay, dann. Meine Facecam hat so eine komische Farbe gerade. Ich weiß nicht, woran das liegt. Wenn wir die jetzt nicht bekommen, wäre es traurig. Ach, oh mein Gott. Easy! Wow. Ah, ich brenne, Sarah. Hilfe! Sarah! Kein Ding. Hab ich den Kehl bekommen? Ja, du hast ihn abgestockt. Schnauze. Okay. Ich wollte irgendwas sagen. Jetzt habe ich es vergessen. Gut, Jurena. Ich mache schnell in die Mitte wieder zurück. Okay, links sind noch welche von uns. Ach, du hast die letzten beiden. Komm, die machen wir so fertig jetzt. Das war aber wirklich eine schnelle Rundung. Machen wir noch bessere Schuhe. Brauche ich die? Nein. Ich habe zwei Enderperlen. Lass mal rüber porten. Los. Hey Leute, jetzt sind wir nicht gekommen. Jünger Jurena, ich sterbe. Warum bist du nicht hinterher gekommen? Oh mein Gott. Ich bin nicht. Aber langsam. Wenn du das nicht gewinnst. Das war das schlechteste Fight meines ganzen Lebens. Oh mein Gott. Alles klar. Moin. Wir müssen noch ein bisschen was aufbessern, weil die Rundung gerade ein bisschen peinlich war. Mhm. Fandst du? Ja. Für meine Verhältnisse eigentlich voll gut. Für meine Verhältnisse ja semi-gut. Spaß. Mach bei deinem Minecraft ESL mit. Bei deinem Minecraft ESL? Du? Ja. Echt? Ja. Have fun, Alter. Danke. Mit Leon. Have fun. Danke. Wir werden das gewinnen. Easy. Ja, Mann. Ich glaube an euch. Ich auch. Ihr seid schließlich krass. Krass. Die Beste. Oh, Jurena. Easy. Weil ich bin einer der Beste. Also ich bin der Beste. Ja. Du auch noch. Was hast du gesagt? Du auch noch. Komm her. Ja, ich auch noch. Kriegen wir die? Der hat ein Ei. Locker. Guck schon so. Hä? Er hat kein Ei. Ich aber. Ein Schneeball. Okay. Was? Ich hab den nächsten. Oh mein Gott. Ich bin so ein guter Spieler. Junge. Du bist einfach ein Eierkämpfer. Du bist alle mit deinem Ei. Aber der eine ist gar nicht gestorben. Wie peinlich. Hast du das gesehen, Sarah? Nee. Ist glaube ich auch besser so. Okay. Oh. Mann. Jetzt lebt in jedem Team nur noch eine Person oder was? Tja, der eine ist nicht runtergeflogen von meinem Ei. Der konnte sich retten. Wow. Ich weiß nicht, wo ich hingehen soll. Ich hab Angst. Es ist jetzt schwer, wenn man das Schweinchen in der Mitte ist. Naja, ich geh jetzt auf den. Scheiß drauf. Da war auch ein Ei. Der subbt! Oh. Pfff. Ich hab keinen Bock mehr. Haha. Ich hab dich. Untertitelung des ZDF, 2020